Und er lebt noch! Wie lange war das? Sieben Minuten. Das ist krass. Wie machst du das bloß? Keine Ahnung. Ich bin einfach gerne im Wasser. Das ist ein Ort, an dem ich in Ruhe denken kann. Es gibt zwölf olympische Götter. Die großen drei sind die Brüder Zeus, Poseidon und Hades. Die Kinder dieser Götter waren halb Mensch, halb Gott. Hey, Mom. Ich dachte, in dieser Schule sollte alles besser laufen. Irgendwann ergibt das alles einen Sinn. Percy Jackson, wir müssen uns unterhalten. Bis dort? Boah! Sie haben ihn gefunden. Wer hat mich gefunden? Wir haben dich erwartet. Was ist hier los? Die Götter gibt es wirklich. Du bist halb Mensch, halb Gott. Mein Vater ist Poseidon. Gott des Meeres. Du bist außergewöhnlich. Im Februar. Warum bin ich hier? Zeus' Herrscherblitz ist die mächtigste Waffe, die je geschaffen wurde. Er wurde gestohlen. Alle halten dich für den Dieb. Ich hab ihn nicht gestohlen. Verwischen die Grenzen. Wenn er bis zur Sommersonnenwende nicht zurückgebracht wird, gibt es Krieg. Und die Stärksten. Alle Halbgötter haben besondere Fähigkeiten. Müssen sich dem Kampf stellen. Wir finden den Blitz. Ob Himmel oder Erde, er ist nirgends mehr sicher. Nimm das, um dich zu verteidigen. Das ist eine nützliche Waffe. Das ist ein Stift. Benutze ihn nur in Momenten größter Gefahr. Das ist ein Stift. Drück drauf. Wow. Die Zeit ist abgelaufen. Du bist kein Sohn von Poseidon. Percy Jackson, Diebe im Olymp. Na komm, riskiere einen Blick. Ab 11. Februar im Kino.